Ja, wisst ihr, das ist hier für ich meiner einer. Ihr müsst verstehen, es ist doch so, der Richter wird doch auch sagen, Mensch, der hat doch im Prinzip hier seine komische schicke Hobbyuniform nur so angezogen. Meine einer, der wird das schon richten. Ich werde dem Richter da sechs Bücher mitnehmen und dann werde ich da alles hier mal ganz eben abklären. Das muss der Richter ja verstehen. Und dann wird er sagen, Mensch, du Dennis, das hast du im Prinzip ja gut gemacht. Ja, soweit die Theorie. Und dann kommt der Praxisteil, den erzählt dann diese Frau, die ist Rechtsanwältin und erzählt mal, was passieren kann, wenn man mit dem Staat in Konflikt kommt. Das Video ist nun knappe 15 Minuten lang und ja, man sollte da wirklich mal reinhören. Ist auch schon ein bisschen älter, aber im Rechtssystem hat sich ja nichts verbessert in der Zeit. 2011 bis 2017, Mensch, ab in die Psychiatrie. Geht schneller, wie du gucken kannst. Für meinen Kumpel aus dem Osten, Dennis, lass die Ohren nicht hängen. Zieh dir mal kurz die Damen rein. Ich habe dir extra einen hübschen Link unten reingebastelt. Kannst du kurz draufklicken, dann weißt du schon ungefähr, wo die Reise hingeht. Naja, jetzt hast du ja deine Begutachtung schon. Eigentlich schon alles gelaufen, aber Wumpe. Ich wollte jetzt auch nicht bashen. Nein, das ist Infotainment. Es gibt die Bibi-Baba-Bube, das J-Wort, ihr wisst schon, Holoklaus und hast du nicht gesehen. Abends beim Dennis, Adolf und Konsorten und er meint, es geht endlos so weiter. Ich habe da allerdings die Befürchtung, das ist ein Irrtum. Nichts, dass Jesus ist, weil der Bibi-Baba-Baba-Baba-Baba-Baba-Baba-Baba-Baba-Baba-Baba-Baba-Buma-Baba-Baba-Baba-Babe.